Die nötigen Schritte, um eine Verbindung zu dem Edgerome-Netzwerk einzurichten, bestehen aus dem Installieren der Edgerome-Cut-Software und dem Eingeben eures Benutzernamens und Passworts. Ich zeige euch hier den Ablauf mit Ubuntu, allerdings sind die Schritte auf anderen Linux-Distributionen dieselben. Voraussetzung ist, dass ihr bereits eine Internetverbindung habt. Ihr könntet die Schritte also zuhause durchführen oder einen Hotspot mit eurem Handy aufmachen, zu dem ihr euch dann verbindet. Nach dem Einrichten wird sich euer Laptop automatisch mit dem Edgerome-Netzwerk verbinden, wenn eines in der Nähe ist. Wir fangen damit an, dass wir Edgerome-Cut herunterladen werden. Dazu öffnen wir unseren Browser, ob ihr den Firefox verwendet oder Chrome ist egal. Hier oben in die Adresszeile tragt ihr die URL ein, die ich euch einblenden werde. Nun kommt ihr auf die Edgerome-Seite, auf der ihr zwei Auswahlmöglichkeiten habt. Wenn ihr zu den Studenten gehört, wählt ihr hier Students aus, wenn ihr zu den Mitarbeitern gehört, wählt ihr Staff aus. In meinem Fall wähle ich die Option für die Studenten aus und hier bekommt ihr einen blauen Button angezeigt, auf den ihr einfach draufklicken könnt, um den Download zu starten. Falls das nicht passiert, könnt ihr hier unten auf den Link klicken, dann wird es auch nochmal gestartet. Achtet darauf, dass ihr die Datei speichert und nicht öffnen mit irgendeinem Programm ausgewählt habt. Jetzt gehen wir in den Download-Ordner. Hier sollte die Datei sein, die wir gerade heruntergeladen haben. Hier könnt ihr nun mit einem Rechtsklick draufklicken und auf Eigenschaften gehen. Hier müssen wir bei Zugriffsrechten einmal den Haken setzen, dass die Datei ausgeführt werden darf, wir sie also als Programm starten können und dann schließen wir das Fenster wieder. Um dieses Programm hier starten zu können, benötigen wir noch Python, was bei den meisten von euch schon installiert sein sollte. Wenn man allerdings ein ganz neues Ubuntu sich auf den Rechner installiert, dann ist Python noch nicht vorinstalliert. Deswegen werde ich euch das hier kurz zeigen. Wir installieren Python, indem ihr einfach hier in den Ordner an eine leere Stelle mit einem Rechtsklick reinklickt und den Terminal öffnet. Hier gebt ihr nun folgenden Befehl ein, sudo apt install python. Nun drückt ihr enter und müsst euer Passwort eingeben, um die Installation zu erlauben. Wenn ihr Python schon installiert habt, dann passiert hier gar nichts, da würde ich einfach sagen, dass es schon vorhanden ist. Nun seid ihr in der Lage, add rom cut zu installieren. Der einfachste Weg ist, indem ihr einfach hier wieder in den Download Ordner geht und diese Datei in den Terminal zieht. Und jetzt drückt ihr einfach enter. Hier drückt ihr ok. Hier werdet ihr gefragt, ob ihr zu den Studenten der Universität Marburg gehört. Wenn ihr vorhin im Browser allerdings Stuff ausgewählt habt statt Students, ihr also zu den Mitarbeitern gehört, dann habt ihr auch eine andere Datei bekommen, die euch hier fragen wird, ob ihr zu den Mitarbeitern gehört. Wenn die Gruppe hier richtig ist, klickt ihr ja. Falls sie nicht richtig sein sollte, müsst ihr nochmal einen Schritt zurück gehen und auf der add rom Seite Stuff oder halt Students auswählen, je nachdem zu welcher Gruppe ihr gehört. Hier gebt ihr euren Benutzernamen in der kurzen Form ein, klickt ok und fügt hier euer Passwort ein. Das ganze zweimal. Und nun ist die Installation auch schon wieder vorbei. Ihr könnt hier auf ok klicken, die Fenster schließen. Wenn ihr euch jetzt in der Reichweite eines add rom Netzwerks befindet, wird er sich automatisch dorthin verbinden. Ich zeige euch das hier beispielhaft, dass es auch so funktioniert, indem ich mir die Netzwerke anzeigen lasse und add rom auswähle und mich verbinde. Und nach kurzer Zeit wird man sehen, dass die Verbindung erfolgreich ist. Falls ihr bei der Installation Probleme bekommen habt, könnt ihr euch sehr gerne an einen der Helpdesks des hrz wenden. Ansonsten blende ich euch hier noch einmal den Link zur hrz Webseite ein. Dort findet ihr alle Schritte, wie ihr das WiFi einrichten könnt schriftlich. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020